Wenn ich länger nicht mehr in Ohio war und von Europa wieder in den USA lande, ist ganz klar, dass ich zu Smuggers muss. Smuggers ist meine Marmeladefabrik. Die Firma kenne ich schon seit über 30 Jahren und die Marmelade schon seit meinem vierten Lebensjahr. Mit der bin ich groß und stark geworden. Smuggers ist meine süße Heimat in Ohio und das mit Recht, denn die Qualität der Marmelade ist so wie in Deutschland. Die Ansprüche an die Marmelade bei mir sind sehr groß und deshalb darf es bei mir zu Hause nur Smuggers sein. Noch mal auf die Qualität zurückkommend, die Marmelade ist deshalb so stark und so gut, weil es zwei deutsche Einwanderer waren, die die Marmelade inklusive Rezept nach Ohio brachten. Und wie könnte es anders sein? Das Rezept hat eingeschlagen. Smuggers hat heute gegenüber früher mit 50 Mitarbeitern in der Zwischenzeit 800 Mitarbeiter und wird immer größer. Schicksalm室 Und wie könnte es nicht mehr so sein! Und wie könnte es nicht mehr so sein! Vielen Dank.